Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es für uns ab auf Prag in die Hauptstadt von der Tschechei. Wir gehen dort ein wenig Ferien machen oder vier Tage und ich nehme euch mit. So, wir haben jetzt den ersten Zwischenhalt gemacht in München. Jetzt gehen wir hier etwas essen und ein wenig die Stadt anschauen. Jetzt sind wir gerade in Prag angekommen und werden jetzt einchecken und nachher geht es weiter auf ein Schiff. Wir sind dort zum Essen mit Musik und mal schauen, wer das wird. Musik Wir gehen jetzt wieder Richtung Hotel. Wir sind jetzt noch ein wenig durch Prag in die Altstadt gelaufen und noch eins zu trinken. Wir sind jetzt zurück im Apartment und ich werde jetzt morgen schlafen gehen und werden morgen schauen, was weiter läuft. Es ist wieder morgen. Ich habe gerade geschlafen. Und wir sind jetzt schon gepostet gewesen und nehmen wir für das morgen diverse Sachen. Und ich zeige euch jetzt noch schnell die Wohnung. Musik Wir gehen jetzt wieder in die Stadt. Wir haben feines Morgen gegessen. Und gehen dort mal ein wenig die Sehenswürdigkeiten anschauen. Musik Musik Nach der kleinen Shoppingtour sind wir jetzt auf dem Weg nochmal zurück ins Hotel, uns umziehen Weil heute Abend gehen wir jetzt auf einen Schiffspark mit Abendessen Und ja, mal schauen, wer das wird Musik 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 Wir sind jetzt gerade mit der Schiffsfahrt fertig, es war sehr schön Ich hoffe, ich konnte auch ein, zwei Eindrücke zusammenschneiden für euch Und jetzt gehen wir mal schauen, was wir noch machen Musik Heute ist der dritte und letzte Tag in Prag, morgen geht es schon wieder nach Hause Heute gehen wir in die Pragerburg, also wir laufen jetzt da hin Und nachher noch ein bisschen in die Innenstadt über die Karlsbrücke Und zu der John Lennon-Mauere Mal schauen, wie der Tag wird Musik 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 Wir haben jetzt alles gepackt und haben alles schon mal runtergeräumt und jetzt geht es dann ab auf den Heimweg. Wir sind jetzt bei unserem Zwischenhalt angekommen in Nürnberg. Wir sind jetzt zu Hause wieder gut angekommen. Ich habe jetzt mein Zeug schon vertraumt. Ich werde jetzt anfangen das Video zu schneiden und daher verabschiede ich mich jetzt von dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja gebt mir den Daumen hoch. Dann doch hier meinen Kanal abonnieren und hier verlinke ich euch ein Video. Musik 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 Musik